In dem Projekt ging es um ein Zellöffnungstool für die Batteriezellenforschung. Wir sollen das Ganze entwickeln innerhalb von einer Woche, von der Zeichnung bis zum fertigen Prototypen, einsatzfähigen Prototypen natürlich, dieses Werkzeug zu entwickeln und dass man dann auch im Nachhinein wirklich auch in der serienreifenden Zellöffnung dann auch wirklich einsetzen kann. So konnten wir sehr schnell, kostengünstig und nutzerorientiert eine optimale Lösung umsetzen. Also meine Motivation war, allgemein einen neuen Bereich kennenzulernen und auch mit anderen Azubis als anderen Lernbereich mitarbeiten zu können. Am meisten Spaß gemacht hatten wir das selbstständige Arbeiten, dass wir uns in unseren kleinen Gruppen unsere eigenen Aufgaben suchen konnten und diese dann auch selbstständig abarbeiten konnten. Einfach mal selber eine Konstruktion zu überlegen und dann eigentlich der Zusammenbau und das schönste war damit, wie es dann funktioniert hat. Ja, also ich bin super zufrieden mit unserem Ergebnis, weil wir können halt nicht nur für uns was Neues lernen, auch wir können halt in einem anderen Bereich helfen. Für unsere Azubis ist es natürlich immens wichtig, auch wirklich einmal Projekte abzudecken, die dann auch im Serienleben dann eingesetzt werden bei BMW. Und darum aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Projekt, was wir dann auch mit Azubis perfekt umgesetzt haben und dementsprechend ist ein tolles Produkt dann am Schluss rausgekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Norbert Jahren